Die Woche ist so gut wie geschafft. Hallo und herzlich willkommen zu Lausitz TV. Es ist ein Polizeieinsatz, der viele Fragen aufwirft. In Kikebusch hat es gestern Nachmittag einen Großeinsatz gegeben. Die Spreestraße war komplett gesperrt. Auch ein Hubschrauber und Polizisten mit Maschinenpistolen waren vor Ort. Doch was ist passiert? Eine Schreife hat drei Autos entdeckt, nach denen gefahrendet wird. Deren Halter wird Körperverletzung und Raub vorgeworfen. Als die Polizei sie kontrollieren wollte, sind sie geflohen. Zeitgleich hat es einen lauten Knall gegeben. Schüsse wurden vermutet. Verstärkung und ein Hubschrauber wurden angefordert. Neun junge Männer konnten später gestellt werden. Der Verdacht der Schüsse hat sich aber nicht bestätigt. Verschnaubspause von wegen. Die Jungs von Klaus-Dieter-Wollitz geben alles. Die Vorbereitung für die neue Saison läuft auf Hochtouren. Gestern Abend hat es bereits das sechste Testspiel gegeben. Gegner war der polnische Erstligist Lubin. Ergebnis 2 zu 1 für Cottbus. Wie es aktuell im Training läuft, wollten wir heute vom Chefcoach persönlich wissen. Der Sommer ist heiß. Und in der Regionalliga Nordost ist er auch verdammt kurz. Die wohl komprimierteste Sommerpause aller Zeiten ist beim FCE in vollem Gange. Grund genug, einmal nachzuhaken, wie sich die Saisonvorbereitung bis dato gestaltet. Anstrengend. Wir sind ja erst seit mit dem heutigen Tag 17 Tage dabei. Also das ist relativ kurz. Relativ einen kurzen Urlaub gehabt. Wir hatten heute Morgen das Thema, dass einige Erstligisten fast bis zu zwei Monate sich erholen konnten, bevor sie dann wieder in die Vorbereitung einsteigen konnten oder eingestiegen sind. Und bei uns ist relativ kurz. Und jetzt die Temperaturen und jetzt Schlag auf Schlag mit 18, 19 Spielern. Dennoch, was die Einstellung betrifft und so, was diese Umsetzung angeht, machen die Spieler sehr, sehr gut mit. Nach einigen eher leichteren Aufgaben stand der Mannschaft mit dem gestrigen Testspielgegner aus Lubin ein erster Härtetest vor der Brust. Ich beteilige mich jetzt nicht an den Diskussionen, ob das die zweite Mannschaft war oder gemischt war, wichtig war, dass wir unsere Prinzipien sehen wollten. Wir haben ja mit einer Veränderung, mit einer veränderten Statik gespielt. Da war jeder gewollt, das umzusetzen mit einer guten Intensität, speziell am Anfang des Spiels. Und dann mit dem ganzen Wechsel ist klar, dass dann immer ein bisschen auf der Strecke bleibt. Dennoch hat da jeder Spieler gezeigt, dass er unbedingt will, auch in dieser neuen Systematik, dass wir vielleicht Optionen haben. Auch wenn wir nicht die richtigen Spieler auf gewissen Positionen für diese Formationen haben, haben wir das sehr ordentlich gemacht. Am 30. Juli beginnt die neue Saison. Das Transferfenster ist sogar noch deutlich länger geöffnet. Zeit genug, um die Stellschrauben am Kader noch fein zu justieren. Ja, wir hätten gern noch ein Spieler auf jeden Fall, aber grundsätzlich auch zwei. Es muss dann am Ende auch passen oder sollte passen. Wenn möglich ein Stürmer. Auch ein Stürmer, der Wahrscheinlichkeiten erhöht. Und dann noch einen variablen Spieler. Ich denke, dass wir im Defensivverbund mehr als ordentlich sind. Das hat der Kampulka gestern gezeigt. Dann mit Pedibahn Putze kommt zurück. Was das ganze Mittelfeld betrifft, Sechser, Achter, mehr als ordentlich. Mit Propopenko haben wir dann gestern auch in der zweiten Halbzeit gesehen. Da haben wir nochmal sowohl einen Umschaltspieler als ein 1 gegen 1 Spieler, wenn er wieder dieses Selbstvertrauen kriegt. Tim Heike kommt zurück, sieht man heute. Also wir sind schon ordentlich aufgestellt. Dennoch, glaube ich, können wir den Kader noch verbessern. Und das ist auch unser Ziel. Aber dann auch mit dieser Überzeugung, dann sollten es Spieler sein, die unbedingt hierhin wollen oder gerne hierhin wollen. Und wo man auch die Überzeugung hat, dass sie dann kurzfristig, mittelfristig uns weiterhelfen. Wir wünschen dabei natürlich glückliche Hände und kühle Köpfe. Auch im Hochsommer. Das nächste Testspiel gibt es schon morgen gegen Luckenwalde. Anstoß ist auswärts um 13 Uhr. Auch Tobias Schick muss dann ran. Der Cottbuser Oberbürgermeister spielt aber nicht Fußball. Er setzt seinen Ortsteilrundgang fort und stellt sich morgen ab 10 Uhr den Fragen der Saaspoa. Außerdem geht es um die Sanierung von Straßen, Fuß- und Radwegen sowie Fördermöglichkeiten für die Entwicklung von Saaspoa. Treffpunkt ist der Schulungsraum im Feuerwehrgerätehaus. Wer gestern Abend an der Cottbuser Oberkirche vorbeigelaufen ist, hat es von weitem schon gehört. Es wurde lautstark gesungen und geklatscht. Mit einem Gottesdienst hat das aber nichts zu tun. Hunderte Cottbusserinnen und Cottbusser zog es gestern Abend in die Oberkirche St. Nikolai. Dort wurde das Sommerkonzert zum Ferienbeginn aufgeführt. Zeitgleich wurde das 25-jährige Jubiläum des Vereins Musiker Sacra gefeiert. Der Chor begeisterte das Publikum mit seiner eindrucksvollen Gesangsleistung. Er wurde von zahlreichen Musikern mit ihren Instrumenten begleitet. Die Oberkirche St. Nikolai bot eine beeindruckende Kulisse für diese außergewöhnliche Veranstaltung. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer waren von der einzigartigen Atmosphäre begeistert. Das nächste Konzert in dieser Form ist für Oktober geplant. Mal eben eine Treppenstufe hochgehen oder einem Hindernis ausweichen. Menschen, die körperlich eingeschränkt sind, stehen dabei vor großen Herausforderungen. Um zu schauen, an welchen Stellen nachgewässert werden muss, gibt es in Großreschen am Montag eine Barriere-Checker-Tour. Jeder kann daran teilnehmen. Treff es am Montag um 14 Uhr auf dem Marktplatz. In die verschiedensten Welten abtauchen und dabei große Abenteuer erleben. Genau das geht in den nächsten Wochen. Die Ferienkits sind dann mittendrin in einem wahren Fantasiereich. An nur einem Ort stehen alle Grenzen offen. Die Bibliothek. Ein Ort der Ruhe und Entspannung. Zumindest bis jetzt. Der Lesesommer geht in die nächste Runde und mit ihm schwärmen die jungen Bücherwürmer in die Regionalbibliothek Cottbus. Zur Letztes Jahr haben 513 Kinder teilgenommen. Dieses Jahr sind schon vor der Öffnung 307 Anmeldungen eingegangen. Und wer verrückt nach Büchern ist, muss nur in der Bibliothek vorbeischauen, um mitzumachen. Die müssen herkommen, sich anmelden. Speziell für diesen Lesesommer. Sie müssen in der Bibliothek angemeldet sein. Also das ist die Grundvoraussetzung, dass man die Bibliothekskarte hat. Dann müssen sie sich Bücher auswählen. Sowohl aus diesem Bereich, der aber sicherlich in zwei Stunden fast leer geräumt sein wird. Aber sie dürfen auch in der Kinderbibliothek, in der Jugendabteilung stöbern, weil es ist für Kinder von 8 bis 18 Jahren der Club. Dann muss das Buch gelesen werden. Und bevor man das zurückbringt, unterhält man sich mit einem Bücherfreund oder einem buchkundigen Menschen. Das kann sogar jemand von Lesefuchs e.V. sein. Das sind freiwillige Helfer. Das sind Mitglieder unseres Fördervereins. Oder auch wir, die Bibliothekare, an den Informationsplätzen. Also die Kinder müssen kurz über das Buch erzählen, ihr Leseabenteuer bewerten, also in so einem kleinen Leselockbuch eintragen und bekommen dann von uns hier so einen Stempel. Und wenn sie drei Stempel bekommen haben, bekommen sie eine Urkunde auf der großen Abschlussparty im September in der Spreegalerie. Mit dieser Urkunde kann man dann auch zum eigenen Deutschlehrer oder der Deutschlehrerin gehen und wird bei den meisten Schulen mit einer Eins belohnt. Ansonsten kann die Teilnahme auf dem Schulzeugnis als außerschulische Leistung aufgeführt werden. Doch ist bei den Anwesenden die Aussicht auf eine gute Note nur ein Hintergedanke. Ja, wir sind heute hier wegen dem Lesesommer. Da machen wir jedes Jahr mit und die Kinder haben da großen Spaß dran. Man kann immer wieder neue Bücher entdecken, die jetzt gerade auf den Markt auch kommen. Und ja, ich glaube, es ist ideal, um die Sommerwochen über die Bühne zu kriegen, um ein bisschen Freizeitausgleich zu schaffen. Also ich habe mir Wings of Fire ausgesucht. Das ist ein Graphic Novelbuch. Da geht es um Drachen und ich bin halt fasziniert von so einer Fantasiewelt und so. Na, ich bin hergekommen, weil ich mir einen Lesesommerausweis holen wollte und weil ich richtig gerne lese. Besonders beliebt sind in diesem Jahr Graphic Novels. Aber auch Fantasy-Bücher sind wie immer im Trend. Lesen Bild und Bibliotheken sind wichtiger Teil des öffentlichen Lebens. Doch kommt das nicht ohne Kosten. Glück also für die Regionalbibliothek, einen starken Partner wie die Stadtwerke Cottbus an ihrer Seite zu wissen. Also dieses Projekt unterstützen wir schon seit ganz vielen Jahren. Ferienzeit ist Lesezeit und ich bin begeistert, dass das Interesse nach wie vor ungebrochen ist. Wir unterstützen dieses Projekt und viele andere Projekte für Kinder seit vielen Jahren. Und mir bleibt nur noch zu wünschen, schöne Ferien für alle. Gute Ferien wünschen auch wir. Egal, ob es nun an den Strand geht oder auf dem Rücken eines Pegasus fremde Welten erkundet. Habt einen schönen Sommer und bleibt, auch wenn es zu verlockend ist, nicht die ganze Nacht für noch ein allerletztes Kapitel wach. Und bevor die Sommerferien gestartet sind, hatten wir bei Lausitz TV hohen Besuch. Die 8. Klasse der Lausitzer Sportschule hat an ihrem letzten Schultag bei uns vorbeigeschaut. Die Schülerinnen und Schüler wollten mal unseren Redaktionsalltag kennenlernen und natürlich selbst vor der Kamera moderieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir möchten uns im Namen der Klasse noch einmal herzlich bedanken, dass wir uns hier die Chance haben, auf der Bühne zu stehen. Für diese netten Mitarbeiter, die uns hier alles wunderbar gezeigt haben, das wunderbare Studium, in dem wir auch selber hier sprechen dürfen. Die Fernsehtalente von morgen. Wer weiß, wen wir hier in ein paar Jahren vielleicht wiedersehen. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Jetzt ist erst einmal Wochenende. Schaut gerne mal beim Nutz- und Militärfahrzeugtreffen auf dem Flugplatzmuseum in Cottbus vorbei. Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr. Was sonst noch so los ist, erfahrt ihr bei uns auf Facebook und Instagram. Habt noch ein schönes Wochenende, tschüss und bis Montag. Aktuell werden 45 Küchentester gesucht im Möbelzentrum Großreschen. Die ersten 45 Küchenkäufer erhalten ihre neu geplante Küche garantiert zum halben Preis. Plus 200 Euro in bar und die Null-Prozent-Finanzierung. Alle Küchen mit hochwertiger Markenauswahl. Jetzt Termin sichern unter 03 5753 2220 und unter den ersten 45 Küchentestern sein. Möbelzentrum Großreschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Hallo, herzlich willkommen aus Stossmilkersdorf. Also uns besuchen Menschen, die Lust auf einen besonderen Abend haben. Die sich einfach mal schick anziehen möchten und eine exklusive Party besuchen wollen. Das sind Menschen, die Lust auf Genuss haben. Die eine lebensbejahende, offene Haltung haben. Die schön ausgehen möchten. Interessante Menschen kennenlernen wollen. Denen Geselligkeit wichtig ist, gutes Essen. Die tanzen wollen. Die flirken wollen. Einfach Menschen, die mit allen Sinnen die bunte Vielfalt des Lebens genießen wollen. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor zehn Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor zwei Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonnard Rose. Habt ihr Gutscheine? Ja, aber als Geschenk für Julia habe ich was Besonderes. Komm mal mit. Sommerheads bei EXPERT. Wir haben gerade den E-Scooter von Segway mit 65 Kilometer Reichweite und passenden Zahlenschloss. Für 799 Euro kannst du damit durch den Sommer flitzen. Mehr Angebote im Prospekt, online oder im Markt. Empfohlen von Kim, deiner Technik-Nachbarin. test actions auch. Sehr gut.